Wenn ihr schon hier an den Strang kommt, dann gesellt euch doch zu uns. Eine Dringlichkeit, die kundgetan werden muss. Guten Abend. Na, brauchen wir nicht. Es geht darum, Hermanos, um eine Waffenroute. Wir haben kein Interesse daran. Ein verdammter Marcel Heres ruft mich an und sagt, ich will die Waffenroute Bitcoin. Wen wollen wir hier verarschen in dieser Stadt? Heute hat sich genau gezeigt, wer welches Gesicht hatte. Ich hab euch gesagt, heute werden Gesichter aufgedeckt. Und wir haben diese Gesichter aufgedeckt. Okay. Tut mir leid, Hermanos. Wir haben gedacht, dass die Blatts doch noch herkommen. Aber die Geiern da hinten rum, wie kleine Pendejos. Aber kommen nicht hierher. Drei schauen trotzdem zu. Sollen Sie, was sind nicht da? No, wie beim letzten Mal. Hustler auch nicht. Wurden denen Bescheid gesagt? Ey, Jeans, auch nicht. Soll ich mal, ich rufe mal Marco. Ja, Hermano, wir werden nicht wieder den ganzen Tag warten. Sollen die dazu kommen oder nicht? Alles gut. Es geht darum, Hermanos, um meine Waffenroute. Ich möchte sie gerne eintauschen. Abgeben. Hat jemand generell Interesse an die Waffenroute? Wir haben kein Interesse daran. An was? An der Waffenroute. Das stimmt doch gar nicht. Er sagt, das stimmt nicht. Herr Hermanos, ihr seid jeden Tag zu mir gekommen und habt gesagt, wir holen die Waffenroute. Ja, aber du hast doch gerade die Frage gestellt. Moment, Cheat, du hört mich nicht. Nein, ich habe gesagt, sonst hättest du doch die Antwort von uns gerade bekommen. hätten wir Interesse. Aber ihr habt doch, warum seid ihr denn davor zu mir gekommen und habt jeden Tag über die Waffenroute gesprochen? Was meinst du? Naja... Sachen ändern sich. Okay. Das heißt, keiner von den hier Anwesenden hat Interesse an der Waffenroute. Ist das richtig? Flaschi Platz. Dann habe ich mal eine Frage an euch. Denkt ihr, wenn die Platz die Waffenroute haben, wird die Stadt besser mit Waffen versagt sein? Ihr könnt eure ehrliche Meinung sagen. LCA entfangen mal an, Herr Hermanos. Alle sind hier etwas schüchtern, glaube ich. Also ich glaube, für andere Familien, die vielleicht einen Nachschub an Waffen benötigen, sind die Platz auf jeden Fall nicht der beste Anschlusspartner. Gut. Sinaloa, was hält ihr davon, wenn die Platz die Waffenrouten verwalten? Wir sind derzeit sehr zufrieden. Okay. Also muss nicht unbedingt sein, dass eine andere Familie das macht? No. Okay. OGs? Äh, wir sind auch zufrieden. Verzeihung, ich konnte mir das Lachen nicht vergleichen. Millenius? Nach wie vor. Hat alles im Muslimum mit euch funktioniert? Ja. Weiß nicht, warum Peter hier redet. Bei euch ist es gut aufgehoben. Also niemand hier möchte wirklich die Waffenroute haben. Wir haben 1.000 Kriege geführt wegen dieser Waffenroute. Wir geben sie euch freiwillig ab. Wir haben keine Lust mehr auf diese Kopfschmerzen. Und keiner möchte die Waffenroute haben. Das Problem ist in Hinsicht der Millenius, dass uns einfach die Ansteiger fehlt. Das heißt, die Mannstärke ist das, was eine Waffenroute ausmacht? Also wenn man genug Mann hat, kann man die Waffenroute führen? Was die Waffenroute ausmacht, ist, dass man sie halten kann. Auch vor, wie sage ich, vor anderen Familien schützen kann. Je nachdem, in welchem Hinblick auch immer. Und das ist halt in unserem Aspekt oder in unserem Fall nicht gegeben. Die Blatts haben Mannstärke. Wieso also nicht doch die Blatts? Die haben ja Mannstärke. Sie können die Route verteidigen. Ich würde gerne was fragen. Und zwar, ähm... Ich weiß nicht, wie es vorher war, als die Blatts oder die Lost... Ich weiß nicht, wer die besessen hat. Da war ich glaube ich noch nicht in der Stadt. Nur mir ist das jetzt so vorgekommen, als ob die Kalis die Waffen nicht nach Sympathie vergeben, sondern neutral handeln. Ich weiß nicht, ob die Blatts das auch machen werden. Deswegen nur eine allgemeine Frage an die Leute, die das wissen und die Blatts vorher kennen, ob das so passiert ist. Und das stimmt nicht. Was stimmt nicht? Outen Sie sich, wer hier hat das Gefühl, dass Waffen irgendwie nach Sympathie verteilt wurden? Das ist jetzt mal sehr interessant. Das war einer von Sinaloa, glaube ich, oder? Ich meine, ich kann nur das sagen, was ich mitgekriegt habe. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendeine Familie nehmen wir jetzt mal... Sagen wir jetzt Millennials mal benachteiligt wurden. Ich kann das nicht wissen, weil ich nur meine Familie kenne. Ist ein interessanter Punkt, ist ein interessanter Punkt. Das sind nämlich die Leute, die gegen uns... Kalier verkauft das Sympathie? Diejenigen, die gesagt haben, es wurde nach Sympathie verteilt. Tretet mal bitte vor. Ich sagte, das stimmt nicht. Wer war das? Lass uns das selber machen. Also wer sich niemand traut, vorzutreten. Der meldet sich. Jiko und Liam. Was? Ich glaube, der zeigt nur so den Himmel. War das ein Irrtum, oder war das von deinen Leuten, Katano? Was denn? Wir haben gefragt, wer das Gefühl hat, dass wir nach Sympathie die Waffen verkaufen. Ich habe nicht zugehört, ehrlich gesagt. Dürfte ich vielleicht eine Frage stellen. Dürfte ich vielleicht eine Frage stellen an die Familien. Und ich möchte natürlich eine Antwort. Ohne zu lügen. Dann würden wir das vielleicht ein bisschen besser beurteilen können. Ne, das stimmt nicht. Was kosten die Waffen für euch artisch? Also. Welche Waffen meinst du jetzt genau? Welche normale Pistole? Pistole und Fünfziger. Äh, Viktor? Pistole 400.000. Und Fünfziger? Die habe ich gerade nicht im Kopf. Das macht uns so wahr. Der ist leider heute nicht da. Wollen die mich verarschen? Mierder da hinten. Ähm, unser letzter Stand war Pistolen 500.000. Wobei ich sagen muss, das ist schon eine ganze Zeit lang her. Dadurch, dass wir da in einem anderen Kontakt mit Kalli stehen. Ich nenne es mal so. Okay. In einem geschäftlichen. LcN? Äh, ich habe die genaue Auflistung auch nicht. Aber es wird sich da in dem Rahmen von den beiden äh, Familien kummeln. Und Sinaloa? Bevor wir auf der Waffenroute waren haben, wir haben noch keine Waffen gekauft. Hören Sie ruhig. Meinen Sie das gerade ernst? Was ist denn so ein Kindergarten? Was ist denn? Hören Sie auf, hören Sie auf. Nein, nein, nein. Keiner schießt hier aktiv. Ihr wisst, was das bedeutet. Was bedeutet das denn? Das, äh... Die werden rumrollen wegen zehnfach. Hermano, ich piss den in die Fresse, Mierder. Die sind mir scheißegal, diese Hundekinder. Ja, ja. Das war Provokation, das wisst ihr, ne? Die haben gerade alle uns provoiziert. Alle. Egal. Alles gut. Alles gut. Also. Okay. Weiter, OGs. Ihr wolltet weiterreden. Ich wollte die Sinaloa fragen. Ähm. Pse, ich hab gesagt, bevor wir auf der Route waren, haben wir gar keine Waffen gekauft gehabt, weil wir haben damals ein Geschäft mit den Lost gehabt und wurden dort mit Waffen ausgestattet. Warten, sie hatten sie nicht, bevor sie mit 18 in den Krieg gezogen sind, Waffen bestellt? Herr Samu? Wir hatten die bestellt. Da hatte ich einen Waffenstopp für die ganze Stadt gehabt. Genau. Da gab's keine Lieferung. Deswegen. Achso, Moment. Über Preise hatten wir gesprochen. Ich bin mir unsicher. Wir haben ungefähr über dieselben Preise gesprochen. Aber eine andere Sache. Wir hatten ja einen Waffenshop, LCN. Wie viel haben wir durchgemacht? Miteinander? Einiges. Was haben wir uns gegenseitig zu verdanken? Ja, die ganzen Rücken. Wir haben das stärkste Bündnis zu der damaligen Zeit in die Knie gezogen. Als ihr zu mir gekommen seid und wo ihr gesagt habt, ihr braucht unbedingt, unbedingt Waffen. Wo ein Waffenstopp für die Stadt, wo ich das für die Stadt ausgesprochen habe. Was habe ich euch gegeben? Wir durften auf die Waffenroute gehen und fahren. Habe ich euch Waffen verkauft? Nein. Das heißt, ich habe euch genauso behandelt wie eine andere Fraktion auch, die Waffen wollte. Das heißt, meine langjährigen Freunde... Fernando, was haben wir eigentlich bezahlt für die Waffen oder was? Wir wollten von uns 800.000 für 50er. Für 50er, richtig. Für 50er. Und warte, Farsi, für wie viel verkaufen wir eine 50er eigentlich? Eine Million bis 100.000. Und weißt du, wieso ich euch die für 800.000 verkaufen wollte eine 50er? Weil das ein Tag oder ein paar Stunden vor dem Event war. Weil ich dachte einfach, okay, vielleicht wenn ihr braucht noch Probleme, geben wir euch die. Für etwas weniger Geld. Ich habe die damit so gebrochen. Die dachten, die kriegen die teuersten Waffen bei Gott. Ich habe BAM so gemacht. Ihr könnt euch sicher nicht vorstellen, dass die Waffenrouten mit der größten Behörde dieser Stadt sind. Ich liebe es jetzt, die Leute fertig zu machen. Ihr habt gesehen, wie wir das gemanagt haben. Wie wir jede Familie mit eingebunden haben. Wie wir die Schwachen aufgebaut haben. Und wie wir selbst unseren Feinden gegenüber fair waren. Wie jeder faire Preise erhalten hat. Nix. Ihr könnt euch vorstellen, dass kaum Waffen bestellt wurden, seitdem wir die Waffenrouten haben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wir wirtschaftlich auch nicht viel erwirtschaftet haben. Kein Reichtum beiseite geschafft haben. Kein gar nichts. Und das, was die Waffenrouten wirklich mit sich bringen, das wisst ihr alle gar nicht. Das werdet ihr erst dann sehen, wenn ihr die Waffenrouten habt. Die Probleme, die wir durchmachen, die macht keiner durch. Nö, wir machen das ganz einfach, Armanus. Äh, Hustler. UGs, die Hustlers haben noch nicht geantwortet. Wollt ihr die auch fragen? Nö, alles gut. Okay. Also, dann haben wir das ja beiseite gekehrt, dass ihr denkt, dass wir verschiedene Spielchen hier treiben. Mit den Waffen. Waffen sind mein Geschäft schon immer gewesen, seitdem ich gefühlt laufen konnte, habe ich mich für Waffen interessiert. Ich verstehe nicht, warum die Leute denken, dass jeder da hergelaufene Köter kommt und denkt, dass er die Waffenroute einfach kontrollieren kann. Zivilisten kommen mir da. Ein verdammter Marcel Heres ruft mich an und sagt, ich will die Waffenroute Bitcoin. Wen wollen wir hier verarschen in dieser Stadt? Ich meine, eins wollen wir doch alle. Wir wollen an Waffen kommen. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Nur, wir müssen Waffen an Waffen kommen. Beziehungsweise jeder braucht Waffen. Waffen sind der Mittel zum Zweck, dass jeder benötigt sie. Was ist also daran verkehrt, wenn eine Familie die Waffenroute führt? Ohne Probleme? Damit alle am Ende an ihre scheiß Waffen kommen. Wieso muss man auf die Routen gehen? Um sie zu besetzen, die Routen. Um zu sagen, ja, jetzt geht sie mir, jetzt bin ich der mächtigste hier in dieser Stadt. Denkt ihr, die Waffenroute definiert den mächtigsten Mann dieser Stadt? No. Das ist weitaus mehr. Das hat nichts mit der Waffenroute zu tun, Romanus. Wenn ihr denkt, dass es so ist, dann habt ihr keine Ahnung, wie es ist. Also, ich will euch eine ernsthafte Frage stellen. Gibt es eine Familie, die in der Lage ist, die Waffenroute besser zu führen? Dann sagt mir jetzt diese Familie. Na ja, kommt drauf an, wie man besser definiert. Für die einen ist es so, für die anderen so. Dann erklär es mir. Also, ich bin bei uns in der Familie nicht der, der sich um die Geschäfte kümmert. Wer ist das? Wir haben bestimmt einige Leute, die sich gut um dieses Geschäft kümmern könnten. Erzähl mal, Freddy, was kann man denn da verbessern? Denn ich denke, er ist der Kopf der OGs. Nö, ich gebe immer. Nein, nein, nein. Tipps werde ich hier nicht geben. Nein, so Tipps for free gibt es auch nicht bei mir. Lass ihn erzählen, lass ihn erzählen. Okay, weiter. Meine Sicht der Dinge ist, dass die Waffenroute viel zu umstritten ist, als dass man sie als eine alleine Familie führen kann. Das heißt, du denkst, es sollte von mehreren Familien geführt sein? Das hatten wir doch schon, Mr. Bitcoin. Hatten wir schon öfter. Moment, Moment, lass Freddy antworten. Hm, nee. Also, ich fand die Idee damals gut, dass zum Beispiel dann von mir... Also, ich fand die Idee damals irgendwie gut, dass zum Beispiel alle, die in Familien sind, auf die Waffenroute dürfen. Hm. Alle, die in Familien sind, dürfen auf die Waffenroute. Ja, aber nur die. Waren sie alle Großfamilien Mitglieder dieser Stadt? Ich habe ihn überschätzt. Bei 10 Familien, 250. Der arme, ich habe ihn echt überschätzt. Ich bitte dich. Nein, Mr. Bitcoin, geben Sie ihm eine Chance. Ja, ich meine nur natürlich. Jungs, sind wir ehrlich? Wollt ihr mir erzählen, hier kommt niemand an Waffen ran sonst oder was? Doch, doch. Es gibt mehr als drei Quellen für Waffen. Natürlich. Und wie viele Waffen habt ihr über die ganze Zeit, die ihr die Waffenroute besitzt, verkauft? 10 Millionen Euro? 10 Millionen? Was ist das in der Frage? Sagen wir mal, wir haben für 100 Millionen verkauft. Was dann? Geht es jetzt um die Wirtschaftlichkeit oder geht es darum, wie man die Route führen kann? Es zeigt, dass ihr das jetzt falsch macht, so wie es läuft. Also geht es darum, maximal viele Waffen zu verkaufen? Wenn es darum geht, okay, kriegt ihr sie ab jetzt für 50.000 Euro. Nein, 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 nein. Ich habe ihn. Ich habe eine Frage, Freddy. Sagen wir mal, wir haben für 10 Millionen Waffen verkauft. Was läuft jetzt daran falsch? Also sollten wir mehr Geld mit der Waffenroute machen? Ich weiß nicht, ob ihr damit zufrieden seid. Das ist nicht meine... Keine Ahnung. Was denkst du, was am besten ist, die Waffenroute... Wie es am besten ist, sie zu führen? Deswegen frage ich dich ja. Das heißt, das meiste Geld aus der Route rausholen wäre ja am besten, oder nicht? Was ist eigentlich der Grund für diese Tafelrunde? Mal so eine Frage nebenbei. Es wird nämlich was verkündet. Und wir sind doch gerade dabei, wir offerieren die Waffenroute. Und der Freddy meinte, man könnte die Waffenroute anders führen. Er hat ja seine guten Tipps. Jetzt stellen wir gerade fest, dass da nichts kommt. Ja, aber ich gebe euch keine... No, no, Erbano, alles gut. Machen wir das... Wir kommen bei diesem Thema jetzt gerade zu nichts. Ja, wir können einfach hier einen Punkt setzen. Richtig, wir kommen zu nichts. Ich denke, ihr bekommt... Es geht natürlich einfach so tippsfrei aus. No, no, wir bekommen die Antwort... Manu, wir bekommen sogar ungewollt die Antwort, die wir hören wollen. Es ist ja anscheinend hier fast jeder der Meinung, dass er eine Waffenroute braucht. Sinaloa hat mir von Anfang an gesagt, die haben kein Interesse an den Waffenrouten. Ich kaufe ihnen das ab. Artisch ist bedient mit den Waffen, die kriegen Waffen. Millennius hat gerade gesagt, wenn sie mehr sind, holen sie sich die Waffenroute. Mit anderen Worten. Äh, Hustler, was ist mit euch, Romanus? Habt ihr Interesse an der Waffenroute? Äh, nee, aktuell nicht. Aktuell nicht. Okay, das heißt, wenn ihr irgendwann mal mächtiger seid und viel Mann habt und Waffen habt, könntet ihr euch vorstellen, sie zu übernehmen? Ich glaube nicht. Okay. Weil es einfach nicht in eurem Interesse liegt, so eine Route zu verwalten und sich um sowas zu kümmern? Ich glaube, es ist einfach zu früh, so weit nach vorne zu schauen. Mhm. Okay. Wir setzen uns kleine Ziele und sobald wir die geschafft haben, werden wir sehen, was die zukommt. Aber aktuell haben wir absolut keine... Nehmt ihr sie zumindest in Erwägung? Also offen lassen, äh, lassen wir alle möglichen. Und der Redner hat dann keine Redezeit. Seid ihr abgeregt, die Waffenrouten irgendwann zu haben oder nicht? Oh. Ich glaube nicht. Okay. Dann habe ich noch eine Frage. Habt ihr das Gefühl, dass wir irgendeine Familie mit Waffen bevorzugen oder benachteiligen? Ich würde es so sagen. Jede Familie kann froh sein, dass sie so viel auf den Waffenrouten arbeiten durfte, weil ihr hättet einfach strenger sein können. Hättet sagen können, keiner geht auf die Waffenrouten. Natürlich hätte es mehr Reingegeben, aber ich verstehe nicht ganz, warum die Stadt so undankbar ist. Ich meine, wir haben auch die Möglichkeit, um uns aufzubauen. Warum sollte man diese Hand, die uns teilweise gefüttert hat, sofort wieder zurückbeißen? Das verstehe ich nicht. Mein Gott, ich habe Gänsehaut. Da kann ich auch nur zustimmen, aber ich habe eine andere Frage. Und zwar, Bitcoin, warum wollt ihr die eigentlich abgeben? Weil die Stadt anscheinend nicht zufrieden ist, wie wir diese scheiß Route führen. Und weil es Leute gibt, die denken, dass sie dafür besser bestimmt sind. Deswegen möchte ich es wissen. Wer ist derjenige, der die Waffenroute haben möchte? Ich bin heute bereit, diese abzugeben. Und das ist mein letztes Angebot. Heute. Und wenn ich sie heute nicht hier abgebe. Ich nehme auch gerne einen Tausch an. Tausch inwiefern? Meinst du jetzt in Hinsicht auf Route oder Geld? Also verkaufen? Verkaufen, Geld, Nieren, Leber. Egal. No problema. Ich meine dann, wie wäre es dann, wenn OGs die Route einfach nehmen? Welche Route habt ihr nochmal, OGs? Opium. Opium. Wo ist die nochmal? Bei Hasslers, oder? Die ist die machen. Ja, wie wäre es? 1 gegen 1 Tausch. Opium bringt euch eh nix. Jeder weiß, dass ihr Arbeiter sucht. Ihr könnt die Waffenroute haben. Wie gesagt, wir haben gerade schon gesagt, Zeiten ändern sich. Vorher ja, aber heute würde ich sagen nein. Also, meine Herrschaft, ich will eins zusammenfassen. Ihr merkt, es geht hier nicht nur um die Route. Es geht darum, dass man mit Wahrheit arbeitet. Ernst, Ehrlichkeit, dass man sich mal ausspricht. Mr. Bitcoin hat seine Eier... Warte, nein, nein, nein. Das glauben wir dir durchaus. Dann verstehen Sie es. Mr. Bitcoin hat jetzt seine Eier auf den Tisch gepackt. Und das, was wir angeblich am meisten lieben, unsere Route offenbart. Auch frei offeriert. Jeder kann sie haben. Ist scheißegal wer. Und dann gab es hier Leute, die gedacht haben, wir ziehen Leute mit Waffenpreisen ab. Das hat sich jetzt gelöst. Leute, die behauptet haben, wir seien unfair, würden niemanden bevorzugen. Das hat sich jetzt auch von alleine gelöst. Natürlich gibt es noch einige, die meinen, sie könnten die Route besser führen. Aber anscheinend will ja niemand die Route haben. Die ganzen letzten Wochen ein grausames Missverständnis. Nicht nur das, Herr Manus. Wenn man Waffen an Waffen kommen möchte und doch eine andere Drogenroute hat, um Geld einzutreiben, wieso will man dann nicht so fair sein, um sich Waffen zu kaufen? Wieso muss man auf die Route gehen? Ich meine nur Problema. Kommt alle auf die Route. Jeder ist eingeladen. Aber wenn er unerwünscht ist, schieße ich ihn in die Fresse. Das würdet ihr mit euren Drogenrouten genauso machen. Wenn jemand unerwünscht ist, dann schießt ihr ihn um. Sie? Genauso wie die Platz. Sie meinen jetzt, die beste Truppe der Stadt zu sein und stark, um jeden hier fertig zu machen. No Problema, Manu. No Problema. Alles gut. Sie sollen auf meine Route gehen, damit ich sie dort niedermähen kann. Gut. Dann hätten wir das schon geklärt. Aber Sie sind doch, also Sie machen ja ein System mit Verwalter und Besitzer. Wir können das sagen, dass wir die Besitzer sind und Sie die Verwalter. Ich bitte Sie. Ich bitte Sie. Ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, ja, die war extrem schlecht. Natürlich. Ah, okay. Also ich meine jetzt mal Spaß beiseite, Manu. Ähm. Was hat das für einen Sinn? Warum wollt ihr nur die Besitzer sein? Was hat das für einen Sinn? Ja, sie wollen sie ja unbedingt verschenken und äh. Ja, das stimmt. Leute, chip mal. Aber wisst ihr was, Herr Manus? Ich habe mich jetzt auch umentschieden. Ich möchte sie gar nicht verschenken. Hehehehe. 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 Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein andere diese Waffenroutine in der Stadt lag. Hehehehe. Gut, 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 gut. Ähm. Hehehehe. 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 Denn ich bin viel zu vernarrt darauf, die Kontrolle über die Waffen zu haben. Hehehehe. Hehehehe. Alles gut, Herr Manus. Ich danke euch für euer Kommen. Wir können gerne weiter Geschäfte machen. Und niemand wird nach Sympathie behandelt. Das kann ich euch versprechen. Mhm. OGs. Millenius. Äh. Hustler. LCN. Sinaloa. Und natürlich auch Artesh. Und alle anderen. Selbst die Platz. Egal in welcher Lage wir uns befinden, ob wir Krieg haben oder nicht. Ich verspreche euch, dass ihr trotzdem Waffen bekommt. Wenn wir liefern können. Ja, jetzt ist noch die Frage, was ist mit dem Platz? Was soll mit dem sein? Haben die jetzt einen Kriegsvertrag für die Route gestellt? Für die Waffenroute? Oder wie sieht's aus? No. Ich hatte gestern einen, äh. Der will doch wissen, was sein Papi macht. Weil ich auf der Waffenroute arbeiten möchte. Hast du was dagegen, Tito? Also hast du Angst? Wie immer. Stark. Äh. Inwiefern Angst? Definier das bitte. Alles gut. Du hast mich schon ganz genau verstanden, mein Lieber. Nein, hab ich nicht. Das hätte ich nicht nachgefragt. Wir haben noch einige Sachen zu tun. Okay. Adios. Grafias das jetzt. Die kommen seit. Vielen Dank. Adios. Adios. Okay. 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 Wie schaut's aus mit dem Platz, nochmal aufs Ernste zurückzukommen? Warten Sie, wir haben keinen Kriegsvertrag geschrieben. Alles gut. Äh. Was macht immer noch hier? Ich weiß es nicht. Achso, Ivanov. Haben Sie uns was zu erzählen? Bisher nicht. Okay. Dann, weil Ihre Geschäftspartner gegangen sind, müssten Sie jetzt am besten auch gehen, denn ihr seid Geschäftspartner und erzählt euch einiges. Davon wollen wir uns natürlich schützen. Ähm. Ich habe eine Kleinigkeit. Blanco, wäre es vielleicht ganz nett, wenn dein Herr unser Hemd auszieht. Äh. Wen meinst du? Der Herr links von dir. Die geile Schießen gegenartisch. Ich höre mein Hirsch. Natürlich nur, bevor wir es ihm ausziehen. Oh. Gut, Ivanov. Sie dürfen Schalat sagen. Sie haben die mächtigsten Großfamilien der Stadt was zu suchen. Alles klar. Das war dann das letzte Mal, dass ich jeweils sowas dann mitgemacht habe. Ich platz. Haben Sie mal kurz, Ivanov. Was kann ich für Sie tun? Sie sind jetzt in einer Lage, dass Sie den OGs alles erzählen wollen, müssen, was auch immer. Ja. Sie müssen jetzt die Leute verstehen, dass sie gegenüber ihnen Misstrauen haben. Das hatten sie auch, als wir euer Geschäftspartner waren. Sie dürfen das denen nicht übel nehmen. Denn wenn wir wieder der Besitzer vom Continental sein sollen, oder werden, dann sieht das auch wieder ganz anders aus. Ich nehme es kein Übel. Wenn ich hier zu emotional herangehen würde, dann wäre ich falsch in diesem Geschäft. Du hast eben gerade gesagt, du wirst nie wieder an so einer Sitzung teilnehmen. Nein. Es geht da um die allgemeine Frage. Wenn man dem Continental nicht mal zuhören möchte, zum Beispiel. Ich meine, Herr Breitenberg hatte gerade eine Frage gestellt. Und da muss ich mir solche Abfälligkeiten nicht gefallen lassen. Dann gehe ich. Weil, wissen Sie, ich habe auch einiges zu tun. Und dementsprechend, wenn den Leuten für meine Worte die Zeit fehlt, dann brauche ich mir diese auch nicht nehmen. Aber ich muss dazu sagen, er hat gefragt, ob sie was zu sagen haben und sie haben gesagt no. Das stimmt. Und dann wurde mir eine Frage gestellt und in diese Frage wurde ein Zwischenwort reinberufen. Dementsprechend muss ich dann auch dazu nichts sagen. Dann muss ich das auch nicht beantworten. Ja, ich muss auch dazu sagen, das war keine richtige Tafelrunde. Das ist kein Problem. Gut. Okay. Dann haben wir alles geklärt. Okay. Adios. Alles Gute. Sind Sie soweit? Sehr. Ich hatte nur gehofft, dass sie nicht abstechen. No, no, no. Ja, dann hat sich das Thema erledigt für heute. Was ist denn euer Denken über Platz, Pferdeverhalten oder über UGs, weil die eigentlich die Waffenroute haben wollten? Das würde mich interessieren. Ich denke nicht, dass da jemand noch überhaupt ein Wort drüber verlieren muss. Ich denke, heute hat sich genau gezeigt, wer welches Gesicht hatte. Ich habe euch gesagt. Heute werden Gesichter aufgedeckt. Und wir haben diese Gesichter aufgedeckt. Das haben wir. Oh ja. Ja. Also wir wollen auch nicht unhilflich sein, aber wir haben da noch ein bisschen was zu tun. Danke für die Anleitung. Wir schnappen uns direkt die Reste noch. Und wir wünschen einen schönen Abend. Ja, danke. Danke. Adios. 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 Adios.